Wie komme ich überhaupt dazu, zu behaupten, dass jetzt da plötzlich 3 Dollar pro XRP rauskommen könnten? Da unten, da liegt schon eine Menge Liquidität. Ripple plant ja einen eigenen Stablecoin. Die FED hat jetzt heute Abend eben den Zinsentscheid besiegelt. Seht's mir bitte nach, es gibt jetzt mal ein News-Update. Allerdings wird das abends gerade aufgezeichnet, weil ich zu der Zeit, wo es online geht, morgen in der deutschen Bahn sitzen werde. Heute, naja, das Thema Internetqualität ist ja neben der Pünktlichkeit eins der Steckenpferde, das wissen wir ja alle. Aber mal Spaß beiseite. Ich habe jetzt extra abgewartet, dieses Video aufzunehmen, wenn die FED-Entscheidung durch ist. Und Leute, es wird jetzt garantiert echt knallen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich glaube, spätestens im Januar gibt es den fettesten Knall ever. Aber XRP, deswegen auch das Thumbnail. Ich glaube da echt dran, dass da die 3 Dollar geknackt werden können. Und gerade ich als derjenige, der meistens sagt so... Ja, ich stelle hier auch nicht den Use-Case vorne dran, sondern ein paar andere Gründe, die dafür ausschlaggebend sein könnten, dass der Kurs wirklich explodiert. Und das, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und das natürlich kostenfrei. Und falls du dich maximal schützen möchtest, wir haben eine 8-Punkte-Checkliste kostenfrei für dich ausgearbeitet. Wie du die bekommst, schau mal in die Description. Kurz vorweg noch in eigener Sache, bevor wir rein starten. Wenn dir das Video gefällt, dann lass bitte einen Daumen hoch da. Schreib auch gerne einen etwas längeren Kommentar. Soll du ein Algorithmus sagen, Corbin, dich kostet es nichts, außer einen Klick und vielleicht ein bisschen Zeit fürs Tippen. Aber uns bringt es enorm weiter. Danke dir schon mal dafür. Wir wollen keine Zeit verlieren und starten direkt rein. Ja, was soll man sagen? Eine grüne Wiese, die uns hier einholt. Von dunkelgrün bis hellgrün, alles mit dabei. Es ist halt auch echt crazy. Ja, der Bitcoin, der ist mal nur so um 1% gestiegen. Ah, Moment! 76.378 aktuell. Also absoluter Wahnsinn. Schauen wir direkt weiter. Und auch hier, wenn wir uns den Chart mal anschauen, ey, das ist ja wie gemalt. Es geht nur noch in eine Richtung und das ist ganz klar nach oben. Schauen wir mal, wie lange. Der Markt, der ist durchaus überhitzt. Aber ich werde dir auch gleich zeigen, dass da trotzdem die ganzen Retailer noch überhaupt nicht am Start sind. Leider halt wie immer. Da gilt ja die goldene Regel immer, buy high, sell low. Ja, auch wenn wir uns die Monatsansicht anschauen, Leute, vielleicht haben wir wirklich jetzt einen Moonvember. Also zumindest nach dem aktuellen Stand, wenn der November nur ansatzweise jetzt so weiterläuft, wie der gerade ist. Also crazy. Oktober zweistellig abgeschlossen. November sind wir jetzt fast schon vor dem zweistelligen Plusbereich. Huiui. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja, aber ich wundere, der Fear and Greed Index, der hat sich auch ein bisschen verschoben. Also wir sind jetzt schon bei 77. Ja, ich glaube auch persönlich, dass der noch ein bisschen mehr ansteigen wird. Und dann wird man halt sehen, wenn die Überhitzung halt vollkommen da ist, ob wir dann eine fette Korrektur haben oder ob sich das Ganze durchaus wieder normal einpendelt. Also wenn man sich hier nochmal kurz zurückspringt auf den Bitcoin-Chart, dann sieht man ja durchaus, dass hier ja wieder Ups und Downs sind. Also wir haben höhere Tiefs, höhere Hochs. Ja, da kann man jetzt nicht so ganz meckern. Wenn man sich jetzt auch das wieder anschaut, das ist schon ein solides Wachstum, was da gerade so durchläuft. Wenn man sich jetzt allerdings mal die Heatmap anschaut, dann wird es durchaus interessant. Also wir können jetzt hier auch mal umschalten. Von den letzten 24 Stunden gehen wir mal auf 12 Stunden. Hey Leute, da unten, da liegt schon eine Menge Liquidität. Wobei, da unten ist halt auch so geil, weil wenn du hier einfach mal schaust, gehen wir jetzt nochmal auf die 12 Stunden zurück und sagen, hier unten bei 75.000. Okay, alles klar. Also vor ein paar Tagen hätten wir noch drüber geträumt, dass das so ist. Jetzt gucken wir mal, wird sie abgeholt, wird sie nicht abgeholt. Da oben ist ja auch noch ein bisschen was zu holen. Also lassen wir uns mal überraschen, aber das ist halt auch immer dieses ganze, ja rund um Bullrun logischerweise, wo wir jetzt möglicherweise wirklich gradvoll drin sind. Du hast halt sehr, sehr, sehr volatile Schwankungen, was aber ja durchaus auch das Ganze mal endlich wieder Bewegung reinbringt. Bei den Spot ETFs, da haben wir gerade so ein kleines Highlight, weil, schau dir mal bitte das an. Also gestern, beziehungsweise als der Stand der Aufnahme gestern, da sprechen wir von einem Abfluss immer noch bei BlackRock, bei den ETFs, aber dafür hier, alter, was ging denn da ab? Da wurde halt mal richtig eingekauft. Und wenn man sich auch wieder den Gesamtwert anschaut, also wenn du mir nicht glauben möchtest, spring mal zwei Tage zurück auf das Video. Ich hab's prognostiziert, das wird definitiv ein fetter Pluswert werden, durch das, dass eben auch feststeht, hey, Trump ist Präsident, alles klar und alles, was wahrscheinlich vorher verkauft wurde, floss halt direkt wieder rein. Und hier ist übrigens der Beweis, dass die Retailer halt mal gerade immer noch nicht in Bitcoin angekommen sind. Aber, und das ist sehr, sehr spannend, diese gepunktete Linie hier, die ist mir auch vorhin erst aufgefallen. Ei, das ist ja fast wie der Anstieg von Bitcoin selbst. Hm, also wir können mal abwarten, weil jetzt hört man ja doch immer wieder präsent in den Medien, wahrscheinlich auch bewusst eben durch das Thema Trump, haben jetzt auch die großen Medienfunk gefasst und sagen, boah, alles klar, da können wir drüber berichten, da gibt's Klicks drauf. Ja, man merkt schon, es landet immer mehr im Mainstream. Ist natürlich auch eine große Gefahr, weil jetzt viele Retailer sagen, ja klar, jetzt geh ich rein. Bei 16.000 hat das natürlich überhaupt keinen interessiert und jetzt plötzlich, jetzt wäre es natürlich ganz weise, da rein zu investieren. Also an der Stelle, ich persönlich kaufe gerade kein Bitcoin. Ich bin aber auch kein Bitcoin, Maxi. Aber trotzdem, wenn man jetzt hier mal den Anstieg sieht, das ist halt auch gerade hinsichtlich Altcoins sehr, sehr wertvoll, weil wenn Altcoins steigen sollen, dann brauchen wir da halt auch die Retailer drin, da helfen uns die Institutionen gerade relativ wenig. Übrigens gab es auch hier eine zumindest geringe Verschiebung. Ich wage mich zu erinnern, wir waren bei 27 seitens Bitcoin, jetzt sind wir bei 31. Also es wandert schon ein Stück weiter Richtung Altcoins, aber Bitcoin-Dominanz ist natürlich definitiv gegeben. Ja und hier kommen wir zum nächsten Kracher, direkt nach den US-Wahlen, die US-Notenbank. Also die FED hat jetzt heute Abend eben den Zinsentscheid besiegelt, was man auch schon vermutet hat. Wir sprechen von einer Senkung von 0,25 Prozentpunkten und das ist natürlich gigantisch. Also man hat es ja schon vermutet, aber daher natürlich nochmal ordentlicher Zufluss, weil klar, Geldhahn wird aufgedreht. Dadurch mehr Geld für Risikoinvestment da und feuerfrei. Also die Woche hätte für Krypto gesehen, zumindest bis jetzt, nicht besser laufen können. Und jetzt kommen wir zu XRP. Also wie komme ich überhaupt dazu, zu behaupten, dass jetzt da plötzlich 3 Dollar pro XRP rauskommen könnten? Und was ist da überhaupt so abgegangen? Weil Brad Garlinghouse, der hat es sich natürlich erstmal nicht nehmen lassen, Donald Trump zu gratulieren und hat gleich mal so eine Checkliste aufgestellt, was er denn so alles in den First Steps machen sollte. Und welch Wunder. Der erste Punkt natürlich, Fire Gensler. Naja gut, das kam jetzt nicht weiter unerwartet, weil wenn man dann hier mal schaut, der Kampf zwischen der SEC und Ripple ist ja jetzt doch nicht ganz so kurz und es ging ja dann nochmal in Berufung, wo auch Brad Garlinghouse ganz klar erklärt hat, Freunde, irgendwie, was die SEC da treibt, ist ja kompletter Nonsens, weil ein Richter hätte ja schon freigesprochen, hat schon erklärt, es ist kein Wertpapier und trotzdem wird nochmal weiter nachgetreten. Aber auch wenn man hier mal so durchgeht, ja, Moment, wo war denn dieses Posting? Das möchte ich dir noch zeigen auf der Offizienzseite hier. Ja, also wie gesagt, da wurde natürlich auch wild retweetet und da wird auch ordentlich dagegen geschossen. Das hat jetzt aber erstmal nichts mit dem Ripple-Kurs zu tun, da kommen wir jetzt dazu. Als allererstes, bevor wir jetzt gleich nochmal zur SEC zurückkommen, schauen wir uns mal das an. Ripple plant ja einen eigenen Stablecoin. Das haben wir auch kürzlich in dem Video drin gehabt. Wichtig an der Stelle, nein, es geht jetzt hier nicht darum, XRP in irgendeiner Form zu ersetzen, sondern das soll eher eine Ergänzung für das komplette Ökosystem sein. Weil halt aktuell natürlich USDT ja nach wie vor, Mika-Regulierung, wir wissen nicht so genau. Jetzt wurden ja mal Fans offengelegt, aber man weiß trotzdem noch nicht so ganz mehr, ob jetzt Mika-Regulierung, ja, nein. Gut, USDC hat es auf jeden Fall, aber da wird ja quasi so das Konkurrenzprodukt gerade verwendet und deswegen sagt man, hey, ein eigener Stablecoin, das wäre es jetzt und das soll dann quasi XRP mehr oder minder ergänzen, kombinieren, whatever. Das ist natürlich so eine Sache, die kann da schon mal positiv mit reinspielen, wird jetzt das aber nicht so ganz extrem nach oben schieben. Aber, und jetzt wird es hier interessant, man hat ja immer wieder über den XRP-ETF gesprochen. Und interessanterweise am 2. November, also das ist noch nicht lange her, hat 21Shares einen eigenen XRP-ETF beantragt. Jetzt war ja immer das Problem der Rechtsstreit mit der SEC, Grundlage, Wertpapier, ja oder nein, wir müssen alle groß weinen und am Ende war ja da eigentlich immer, ja, Gensler mit das größte Problem an der Sache. Hier siehst du einen passenden Artikel dazu, die XRP-Gemeinschaft bezeichnet Trump als Ripple-Gott. Ja klar, warum denn nicht, weil wenn er das jetzt wirklich durchzieht und Gensler entlässt, könnte sich ja wiederum auch bei der SEC einiges verändern, also auch was die Meinung seitens Ripple betrifft. Wenn es jetzt da mal wirklich ein klares Urteil geben sollte, wonach Ripple freigesprochen ist, dürfte das zum einen mal den Kurs beflügeln. Wenn wir uns jetzt aber zurückerinnern, und das ist das, was ich meine, da geht es jetzt gar nicht mal so um den fundamentalen Use-Case von Ripple selbst, weil den stelle ich nach wie vor in Frage. Also Ripple an sich mag tolle Produkte haben und die unterstützen die CBDCs. Ähm, äh, das ist ja eh doof. Aber gut, aber ob da jetzt XRP so benötigt wird, das wage ich nach wie vor zu bezweifeln. Wenn jetzt aber ein ETF kommt und Ripple wiederum ja doch so ein gewisses Statement in der Industrie hat, im Finanzwesen, in möglicherweise auch der Politik, dürfte bei den Institutionen ein Investment in ein XRP-ETF durchaus interessant sein, weil die wollen ja da doch so ein bisschen bei den Institutionen mitmischen. Und wiederum diese Zuflüsse, naja, die könnten einen Kurs schon mal ordentlich nach oben bewegen. Ich habe hier nochmal was anderes rausgesucht und ich habe echt dreimal drauf geschaut, ob das jetzt irgendwie so, wow, Hype und vor fünf Jahren mal irgendwas prognostiziert. Nein, dieser Artikel ist vom Oktober, also noch nicht lange her, ein Monat. Und da wurden mal so die Kursziele prognostiziert. Und da bin ich ja sogar mit den drei Dollar jetzt gerade noch relativ weit weg, wenn man jetzt so möchte. Also da kann es ja theoretisch auch noch viel höher gehen. Aber wie gesagt, also ich bin da kein Ripple Moon Boy und XRP, wow to the moon und so weiter. Aber wie gesagt, da könnte Trump jetzt möglicherweise eine krasse Unterstützung gewesen sein. Also who knows, wir werden es sehen, aber das könnte schon echt richtungsweisend sein. Grundsätzlich dann natürlich für alle Anklagepunkte und alle Angeklagten von der SEC, da gibt es ja genügend da außen. Also wir haben ja mal geschaut, allein im Jahr 2024 hat die SEC, es müsste nur irgendwas um die 4,65 Milliarden Dollar an Strafen verhängt. Also eine Erhöhung zum Vorjahr um 3000 Prozent. Alles klar. Mehr brauchen wir dazu nicht mehr sagen. Also das sage ich auch ganz klar an der Stelle. Wenn Gensler geht, dann war das jetzt nicht das Schlechteste für den Space. Und wie gesagt, wenn das dann mit XRP auch so weiter geht, dann könnte es da möglicherweise wirklich eine Kursexplosion geben. Weil vorher waren halt auch alle zurückhaltend, wo es erst mal hieß, es wurde ja schon häufiger angekündigt, ja hier kommt ein XRP, ETF und so weiter. Ja, schon klar. Aber jetzt in dem Kontext und in der Ausgangssituation könnte das schon anders ausschauen. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wo sind die Ripple Moon Boys und was denkst du drüber? Also schreib doch auch mal gerne in die Kommentare. Bist du da auch eher verhalten oder bist du da durchaus jetzt auch mal ausnahmsweise unserer Meinung? Und wir kommen im Einklang mit der XRP Community. Bin ich mal sehr gespannt. Und teile doch mal deine Meinung mit oder sagst du, absoluter Nonsens, da sind auch 20 Dollar drin. Also lass uns da gerne mal drüber diskutieren. Wenn der Austausch da auch ein bisschen weitergehen soll, dann komm gerne in unsere Telegram-Gruppe. Da ist das Ganze ja doch ein bisschen einfacher. Link in der Description. Bitte nicht vergessen, wenn dir das Video gefallen hat, soll den Algorithmus ankurbeln. Lass einen Daumen hoch, ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao. 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 Ciao.